Jani Heuke Thema, darf ich euch meinen Wohltäter vorstellen? Einen angesehenen Stadtplaner aus dem fernen Loch. Diese edlen Herzen sind immerhin ein besser Willkommen. Sie haben also gehört, dass ich neue Talente wie Sie suche, um unsere neue Hauptstadt zu vergrößern. Wo noch eine Welt oder was? Unser Zusammentreffen war ein reiner Glücksfall, mein Kaiser. Dann hat der Herr ein Lächeln für Sie auf den Lippen. Uns bietet sich die Gelegenheit, Teil einer Geschichte zu werden, die uns alle überdauert. Ich könnte jetzt nicht noch eine Welt bespielen. Bisher habe ich diese unfruchtbare Provinz des Kaiserreichs vernachlässigt. Der Sitz der Könige der Antike. Aber aus dem Staub wächst ein neuer Garten. Seit vielen Königen war En-Besa nicht so vereint wie jetzt. Auch wenn es ein zerbrechliches Erbe ist. Einige betrachten uns als Gespalten. Jeder denkt nur an sich. Aber sie sind blind für die größere Bedrohung. Hungrige Augen, die Gensüden auf uns gerichtet sind. Vereint und mit Stolz erwidern wir ihren Blick. So müssen sich alle erheben und ihren Anteil verteidigen. Oder sie werden gefressen. Und so übertrage ich ihnen die Aufgabe Taborim, unsere neue Hauptstadt auf dieser Insel zu errichten. Möge sie wachsen, um ganz En-Besa in einem Bund zu vereinen. Binyam wird ihnen helfen und ihnen seinen Plan für die Kanäle zeigen. Taborim wird schon bald als Juwel des Friedens am Gürtel dieser großen Nationen glänzen. Jetzt müssen wir noch ne Welpe spielen. Wie wird's denn da noch klar kommen? Heiliges Blechle. Was will ihr denn? Arbeit ist auch nicht so deins. Neues Spielgebiet freigeschaltet. Scheiße. Bist du eh jetzt wieder nach Hause rumrödeln, ne? Die Brunnen, Dings und alles. Ich möchte mit Ihnen über bedeutende Angelegenheiten sprechen. Ich, Saale Ketema, Kaiser des tausendjährigen En-Besa und Erbe des Bundeszepters, bitte Sie eine Weile hierzu verweilen, Seefahrer. Schiff vom Stapel gelaufen. Nein, wir brauchen erstmal das Schiff. Dann fahr mal da hin. Schickram, jetzt haben wir noch ne Inseln, Dings hier zu... Oh, nein, in das Blechle, da komme ich auch gar nicht mehr klar. So, ich war in der alten Welt noch. Am Rumpröde. Was steht das? Das ist das neue Schiff. Ich hab hier doch irgendwo ein Schiff hingeschickt, ne? Mehr als bereit. Hatten wir hier so viel Arbeitskleidung? Irgendwo wollte ich Arbeitskleidung herholen. Ja, hier. So, den muss nämlich mal... Ich muss erst in die neue Welt gucken. Nicht, dass ich den irgendwie wieder irgendwo her schicke, wo er nicht langfahren soll. Das ist Palmasule, okay. Wir müssen da nämlich echt mal... Arbeitskleidung hinbringen. Ne, wir müssen hier... Äh... Die neue Welt... Forder mal hin, mein kleiner Freund. Und gut verstehe, ne? Irgendwo brennt hier doch, oder? Nö, schon... Nö. Doch, da, guck. Siehst du, ich hab's doch gewusst. Das ist ja schon... Ja. Äh, ich hab nur ne zweite Handenshutel jetzt eingerichtet, ne? Weil wir ja hier auch mal... Irgendwie... An Stüssel kommen müssen. Mit dem müssen wir aufpassen, ne? Warum haben wir da nur noch 95? Wär's mir scheißegal. Der ist ja... Spaß, die ich noch 10 auf Deutsch gesagt. Äh, ist egal. Ähm... Ich hab ne Bierroute jetzt auch noch eingerichtet, ne? Dass das hier ein bisschen mal von alleine alles hin und her fährt. Ähm... Das läuft. Das hab ich eben gemacht. Ja, dann war auszusehen die neue und die andere Welt wieder da. Wir kommen hier gar nicht mehr in der... Sagen wir, wie's ist. Hier hab ich an... Ich muss hier wieder hin, ne? Ähm... Die Mission hier gemacht, ja. Wir haben so ein Boot mit Taucherglocke. Ja, und hier müssen wir jetzt anfangen, dass wir das erstmal hier alles... Mehr als bereit. ...einrichten. Ähm... Hier müssen wir auch noch anfangen aufzubauen, ne? Ich hatte eben keine Bretter mehr. Deswegen konnte er eben nicht mehr weitermärken. So, und die müssen wir jetzt auf Fischstüche gegenklucken, ne? Das läuft schon mal. Dann brauchen wir... ...die Blauproze. Setzen wir hier nämlich nur Hüttges. Hüttges erstmal hin. Den dann muss ich irgendwie versetzen. Und dann. So, wir können das nämlich hier erstmal wachsen. Das haben wir jetzt mal. Wir haben jetzt... Okay, 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 okay. Das läuft schon mal. Fisch läuft, ne? Gut. Dann kann das erstmal hier so ein bisschen jetzt... Komm weiter vor sich hin, Leute. Das läuft. Stadt aus, aber ein Dorf. Sollen sich so her, dann läuft der jetzt hier. Erstmal langsam. Das wird zu viel hier, ne? Aber... Ich liebe mein Leben. So, hier sind wir doch hingefahren. Im Schatten meines Palasts sollen sie mir beim Aufbau einer neuen Hauptstadt helfen. Oh, hier ist unser Objekt. Oh, okay. Dann gib mir mal eben mein Wörtchen. Eine bittere Pinn, Führer. Krieg? Eine ernste Sache. Beende das Blutvergießen. Auf die eine oder die andere Art. Für wen sind wir denn jetzt im Krieg hier? Schiff und der Beschuss. Was ist hier in der Nähe? Mit wem haben wir denn jetzt Krieg hier mit Willi-Dings-Bums-Dings? Ah, hier mit dem Scheiße. Ähm. Die ist natürlich 10.000 Mal besser. Was sagt man? Schick Kram. Das war jetzt nicht geplant. Ja, toll. Die haben wir doch schon. Wir müssen hier, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Ah, sie schließen sich der gerechten Sache an. Sie zeigen Jing. Meine Hochachtung. Hier sind natürlich keine Steine. Es war sowas für klar. Wir müssen hier Steine hinbringen. So, haben wir denn jetzt hier irgendwo ein Bötchen über? Das passt mir alles gerade hier gar nicht, wie das hier läuft. Wo bist du denn? Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Wollen wir ihn hier hin? Ob hier nur Dinger sind? Schick Kram, da habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Dass jetzt so ein Prädelkram dann dazwischen kommt, ne? Ich brauche Steine. Dann fahr mal hier hin. Dann fahr mal hier. Dann fahr mal hier. Dann fahr mal hier hin, ne? Alle 있나? Dann fahr mal hier. Also fahr mal hier. Dann fahr mal hier hin. Ach die Scheiße, das müssen wir jetzt auch besorgen. Ja, fast keine Kanonen mehr. Ja, ist ja falsche Insel, ne? Am Monatsende bleibt noch was über. Ja, ist ja schön. Ja, hier sind die ganzen Kanonen. Ja, alles klar. Oh, Mokfi, wo war das? Na, mein Glück, dann war hier, ne? Du, ich fährst jetzt hier hin. Gleich, gleich, gleich. Keine Pornik, sie werden ganz ruhig bleiben. Erstmal hier ablauen. Gut. Kriegsschiff leidet sich zum Dienst. Nur hol das Kanönchen. Ich brauch mal eine dicke Berta, was ist eine dicke Berta? Dicke Berta müsste ja auch wenn hier hin, ne? Ich hab keinen Porn, was denn? Oder, ach, oder, oder. Ach, jetzt geht's ja nicht los. Dicke Berta ist ja nicht los. Ich habe die Gelegenheit. Dicke Berta ist ja nicht los. Dicke Berta ist ja nicht los. Ich kann hier nicht los. Wird's nicht sein, ne? Ein Schiff wurde zerstört. Ja, kann ich auch gerade nicht ändern. Ich will die Dings von uns Dings, die wir uns angreifen. Das war schon mal so uncool. Hatten wir hier nicht so ein Ding dazu gesetzt? Hier, ne? Baum. Hier nochmal. Hier können wir auch mal bauen, ne? Da, da, da. Dann hat's noch einen hier, ne? Okay, das passt ja erstmal. Mehr gibt's hier jetzt nicht. Können wir nicht jetzt hier alles sinnlos zubehören? Oh, ich bin eh schon. Ist mir jetzt ein Bauer. Mach den Cheat kann man dann fertig. Mehr als bereit. Du bleibst jetzt mal hier stehen. Sicher ist sicher. Was ist hier los? Ist hier Willi Wilbo? Das ist der Penner. Ah, er hier. Den krallen wir uns nachher. Ist ja kein Problem. Da kommen wir ja auch noch klar. So, du bist... Hier, was machst du hier? Und das ist die Handelsroute. Hier ist auch komplett hier hinten bei uns, ne? Er greift uns hier an. Kann das sein. Kann man hier noch die Schicksalstellung aufbauen? Kann man hier noch die Schicksalstellung aufbauen? Ja. Das ist schick, oder? Das läuft, das läuft. Jenes läuft. Sonst läuft die Nase, ne? Ist ja irgendwie so. Was hast du hier gemacht? Neue Befehle? Ähm... Du fährst mir jetzt erst mal... Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Schön für den Konkurrent. Ne, du bleibst jetzt erst hier stehen. Und stellt sich jetzt erst hier hin. Steuermann! Wir müssen auch noch kurz... Hier hin. So, er ist da. So, jetzt. Nun, Kleinvieh kann auch eine Menge Mist machen. Danke. Wenn sie die vielen Völker LBs vereinen wollen, müssen sie zuerst unter Beweis stellen, dass sie für sie alle sorgen können. Das passt ja auch gerade gar nicht, ne? Dass wir jetzt hier auch noch bauen müssen. Waren sind nur ein Bruchteil dessen, mit dem hier gehandelt wird. Geschichten. Neuigkeiten. Gebete. All das wird bei den Ständen frei geboten. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Du kommst aus einem weit entfernten Land, nicht wahr? Wenn du möchtest, kann ich dich durch die Savanne führen. Boah, wir haben ja alle gar keinen Titel gemacht. Das wird ja so langsam, ey. Ein bisschen heftig hier. Ja. Warnser Holz ist stabil und doch sehr wandelbar. Um die Produktion anzukurbeln, werden sie eigene Heine brauchen. Sie sollten sie in einiger Entfernung errichten. Übel riechende Kreaturen landen gerne auf den Zweigen. Wir führen ein gemäßigtes Leben und ziehen warme Ziegenmilch dem Alkohol vor. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. So, dann wollte ich mich gerade hier eine Verrung mit piepeln. Wieso könnte ich eine Leuchttürme bauen? Ja, danke. Ich komm gerade nicht mehr mit. Ich bin ganz ehrlich. Im Moment bin ich jetzt mal ein bisschen überfordert. Wir müssen hier noch machen und da noch machen, ne? Wir haben hier noch gar nichts. Schiff und der Beschuss. Gar nichts hingebaut, ne? Hier haben wir Kanonen, haben wir hier Steine. Wir sollten hier nämlich auch mal eine Verteidigung aufbauen. Einmal. Und zackt schon wieder nicht. Ach, kein Stollen mehr da. Schiff und der Beschuss. Oh, wie ist denn jetzt hier unterhanden das Beschussi? Hä? Nein, nein, lass erstmal jetzt hier stehen. Das bringt noch nichts, wenn die hier durch die Gegend halb sind. denn wir werden hier immer angegriffen die alte schnecke ich glaube wir müssen die fregatten hier nur umgreifen aber dann ist alles noch ein bisschen früher stahl müsste hier die waffenruhe wurde beendet wollen wir in den stahl rüber dass wir das hinkriegen zu viel mehr als bereit steine auf der insel sieger setzen wenn hier sollten wir auch noch kurz ziegenmilch bauen auch leute ich sage erstmal danke fürs zu gucken und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder tschüss